Jetzt, wenn Ihre Klasse im vollen Gange ist, zeigt Ihnen diese Anleitung, wie Sie Ihre Informationen durch Präsentationen mit Ihren Studenten teilen können. Mit Bildschirmfreigabepräsentationen können Sie ganz einfach Ihren Desktop mit Ihren Studenten teilen. Jeder Student erhält die Informationen wie in der ersten Reihe. Sie können Ihre Aufmerksamkeit für sich gewinnen, die Auffassungsgabe verbessern und die Speicherung von Konzepten erhöhen. Präsentationen können auf drei Arten durchgeführt werden. Vollbildschirmpräsentation, mit Fenstern versehene Demo und minimierte Demo. Eine Vollbildschirmpräsentation zeigt Ihren Bildschirm auf dem gesamten Desktop des Studenten und sperrt seine Tastatur und Maus. Eine mit Fenstern versehene Demo zeigt Ihren Bildschirm in einem Fenster auf dem Studentencomputer. Sie erlaubt den Studenten zu wählen, ob sie zusehen wollen oder nicht und Sie behalten die Kontrolle über Ihre Tastaturen und Mäuse. Bei einer minimierten Demo wird Ihr Desktop zu einer verfügbaren Schaltfläche in der Taskleiste. Die Studenten können weiterarbeiten und wählen, ob sie zusehen wollen oder nicht. Sie haben auch die Kontrolle über Ihre Tastaturen und Mäuse. Die Demo-Optionen sind unter der Registerkarte Start in der Multifunktionsleiste verfügbar. Um eine Demonstration zu starten, klicken Sie einfach auf das Symbol Demo in der Registerkarte Start. Vision 7 verkleinert sich und erlaubt Ihnen, Ihren Bildschirm der Klasse zu präsentieren. Die Studenten sehen ihre Präsentation auf ihren eigenen Bildschirmen. Um die Präsentation zu stoppen, klicken Sie auf das Symbol Stopp, dann wechseln die Studentencomputer zum letzten Bildschirm. Durch Demonstrationen wird Ihr Desktop für individuelle Studenten, Gruppen oder die ganze Klasse sichtbar. Vollbildschirmpräsentationen sperren für eine uneingeschränkte Aufmerksamkeit die Tastaturen und Mäuse der Studenten. Zusätzliche Modi ermöglichen es, dass die Studenten parallel mit den Lektionen arbeiten können und machen ihre Präsentation als Referenz verfügbar. Demo ist eine der populärsten Funktionen von Vision. Verfolgen Sie die nächste Anleitung über den virtuellen Studenten, um zu lernen, wie Sie eine Studentenarbeit der gesamten Klasse präsentieren können. Überre grammatischen Modernen Verwendung Verwendung Vielen Dank.